Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In den vergangenen Tagen wurde ja viel über die Personalie Jordan Larson diskutiert. Einige Medien berichteten, dass er ein klarer Abgangsknarrt für den Winter ist. Die VATS wiederum meldete ja, dass man ihm eine weitere Chance geben will. Und die WM-Pause soll ja auch genau diese Chance für ihn sein, sich nochmal auf Schalke zu zeigen. Denn sonst ist wohl auch möglich, dass sein Engagement auf Schalke nach nichtmals einem halben Jahr schon wieder vorbei ist. Denn das macht unser Sportvorstand Peter Knebel im Gespräch mit der VATS klar. Denn es gab ordentliche Kritik und das eben auch öffentlich an unserem Flügelspieler. In den Spielen, in denen er eingewechselt worden ist, ist er mitgeschwommen. Dafür haben ihn aber nicht geholt. Das kann auch nicht sein Selbstverständnis sein, wird Knebel zitiert. Und ja, er hat durchaus recht. Seine Bilanz auf Schalke ist bislang alles andere als erfolgreich. Er hat zehnmal für uns gespielt, viermal von Beginn an und das war eben auch nur am Anfang der Saison der Fall. Und am Ende kommt er auf null Tore und null Vorlagen. Wenn er für uns spielt, ich glaube, da sind wir uns doch alle einig, wirkt er teilweise immer noch wie ein Fremdkörper. Und deswegen fragt sich Knebel auch, konnte er nicht, wollte er nicht, steckt es in den Muskeln, steckt es im Kopf. Wir werden uns gegenseitig alle Mühe geben, damit wir herausfinden, welchen Knopf er drücken muss. Und deswegen will man sich eben jetzt auch den Spieler ganz individuell anschauen, ob es eben jetzt auch während der Winterpause noch Sinn macht, ihm eine weitere Gelegenheit zu geben. Andernfalls könnten sich dann die Wege auch schon trennen. Zwar bestätigte Knebel nicht, dass er ein Wechselkandidat ist, aber er räumt dem auch nochmal ein, dass ein Spieler nach einem Vereinswechsel auch Zeit bräuchte. Doch diese Zeit sei so langsam auch verstrichen. Ohne, dass man das Gefühl hatte, da ist großer Impact, so nämlich Knebel. Und ewig Zeit haben wir auch nicht mehr. Das ist Profifußball. Und ich denke mal, damit hat Peter Knebel mal wieder öffentlich Aussagen getätigt, die es nicht zwingend besser machen. Grundsätzlich hat unser Sportvorstand recht. Jordan Larson ist noch nicht auf Schalke angekommen und seine Leistungen müssen besser werden. Das sollte er aber auch durchaus selber wissen. Und ich glaube, es bringt jetzt nichts, einen einzigen Spielern Pranger zu stellen, obwohl es auch einige andere Leute gibt, die auch noch nicht wirklich auf Schalke angekommen sind. Finde ich, ist ein bisschen problematisch, dass Peter Knebel das jetzt nur auf Jordan Larson herunterbricht. Meiner Meinung nach ist er ein Wechselkandidat im Winter, soll es ein Angebot geben. Aber so öffentlich sich zu äußern, macht es auch nicht wirklich besser. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.